Heute habe ich mal wieder ein Single Malt Whisky aus Deutschland für euch am Start. Und da werden die Fässer einzigartig gelagert, wie ich finde. Mehr dazu jetzt im Video. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Whisky. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es hier einen Single Malt Whisky aus Deutschland. Besser gesagt, von der Lantenhammer-Brennerei in Bayern. Ja, das Ganze nennt sich Silt, Kranok oder Krenok. Und für den werden, wie ich finde, einzigartig und spannend die Whisky-Fässer auf einem alten Kutter gelagert, der im Hafen von List auf der Insel Sylt liegt. Und total spannend, wenn man sich mal vorstellt, was so mit dem Whisky da während der Reifung passiert. Weil durch den leichten Seegang auch im Hafen wird der Whisky in den Fässern natürlich immer hin und her bewegt. Der ist immer in Interaktion. Gleichzeitig herrscht natürlich ständig ein raues, maritimes Klima. Eine salzige Seeluft, die da auch Einfluss nehmen wird. Und da bin ich einfach gespannt, wie diese Art der Fasslagerung sich auf den Geschmack des Whiskys abfärmen wird. Und ja, zu der Geschichte, warum der eigentlich auf dem Kutter liegt. Der hat übrigens auch einen Namen, der Kutter. Das Kutter, der Kutter, der Kutter. Der heißt, das sieht man hier auf der Tube, der Schiffsname ist die Great Palooka. Baujahr ist 1941. Und dann wird hier auch noch ein paar Angaben gemacht. Wie lang, wie breit, Tiefgang, Masten, Takelung und so weiter. Erspar ich euch jetzt die Information. Aber warum lagert das Ganze eigentlich hier auf dem Kutter? Vor 60 Jahren gab wohl, hatte irgendein Kaufmann und Weinhändler die Idee auf Sylt, doch so ein Sylter Whisky mal herauszubringen. Und der hatte wohl auch einen Feinkostladen. Und der hatte schon immer damals eine sehr gute Auswahl von Whisky. Aber irgendwie hat es dann doch gedauert. Und erst der Schwiegersohn hat die Idee wieder aufgegriffen. Und ja, so hat es einfach gedauert, bis jetzt so ein Whisky von der Insel Sylt hier am Start ist. Und man hat halt oder verwendet hier die Gerste und Wasser von Sylt. Und auch die Gerste wird über Sylter Torf getrocknet, sodass man hier auch einen leicht rauchigen Touch hat. Und ja, aber man hat dann gemerkt, dass auf der Insel Sylt auf dem Land die Lagerung von Fässern natürlich ein bisschen teuer ist. Weil jeder weiß von uns, so die Immobilienpreise und Landpreise auf der Insel Sylt sind jetzt wahrscheinlich nicht die günstigsten. Und deswegen hat man gesagt, komm, weichen wir aus Wasser aus, holen wir da einen Kutter und lagern da drin die Fässer. Das sind wohl ziemlich kleine Fässer, so irgendwie so 100 Liter habe ich auf der Insel, auf der Insel, ja auch auf der Webseite gelesen. Und sind wohl Ex-Bourbon, Ex-Rum und Ex-Sherry-Fässer. Das Ganze wird mit 48 Volumenprozent abgefüllt und destilliert bei Lantenhammer vom Master-Destiller Tobias Mayer. In meinem Archiv habe ich hier natürlich noch eine Flasche vom Sylt 2018 gefunden. Ja, der sieht so aus und der hat mir schon damals sehr gut gefallen. Schön maritime, rauchige Aromen, leicht rauchige Aromen. Und ja, wenn man die beiden Flaschen vergleicht, hat sich vom Design her nicht so viel geändert. Der Name Sylt ist jetzt deutlich prominenter drauf gedruckt. Leitet sich übrigens, ist ja irgendwie die historische Überlieferung von Sylt. Und ja, die alte Flasche fand ich ganz cool, hat hier oben noch so ein leichtes Bändchen dran. Fand ich eine ganz gute Verzierung. Ansonsten hat sich da nicht so viel getan. Der Kutter hat sich geändert über die Jahre. Seit 2021 hat man jetzt hier die Great Palooka am Start. Früher hatte man hier die The Angels Share. Wo steht das? Hier oben ist der Schiffsname. Ah, kann man das sehen. The Angels Share. Ja, da hat man einfach mal das Schiff gewechselt. The Angels Share war von 1946. Die Great Palooka oder Palooka ist hier Baujahr 1941. Was sich noch geändert hat, ist, hier steht noch drauf, destilliert von Sleers. Hier haben wir destilliert von der Landenhammer-Brennerei. Ja, irgendwann in 2022 hat man ja die Vertriebe separiert. Ja, hat sich da Sleers von Landenhammer getrennt sozusagen. Oder andersrum. Ist ja auch egal. Deswegen haben wir hier noch 218 destilliert Sleers, 22 destilliert von Landenhammer. Ja, spannende Sache. Ich bin jetzt gespannt, wie wirklich diese Fasslagerung sich hier auf den Geschmack auswirkt. Werde auch einfach mal den Vergleich vielleicht mit dem 218er hier machen. Und mal schauen, wie sich der in den letzten vier Jahren vielleicht auch verändert hat oder auch nicht. Viel Spaß mit der Verkostung. Ja, wir kommen jetzt hier in der Verkostung. Während ich die Flasche hier mal aufmache, kann ich euch noch erzählen. Habe ja gerade schon gesagt, 48 Volumenprozent, 0,7 Liter. Und ja, das Ganze kostet so roundabout 80 Euro. 75 bis 80 Euro. Und ist jetzt ohne Altersangabe. 80 Euro hört sich natürlich erstmal viel an. Aber wir gucken jetzt erstmal, was man für diesen Preis denn so kriegt. Die Flasche ist echt lang. Die passt auch. Übrigens habe ich bei der alten gesehen nicht so wirklich in meine Whisky-Regale, weil die einfach einen Ticken länger ist. Und das habe ich jetzt gerade beim Einschütten gemerkt. So, der Schwerpunkt ist ein ganz anderer, als wie man gewohnt ist. Aber das hat ja trotzdem geklappt. Ja, ich hatte gerade gesagt, habe jetzt nicht mehr zwei von diesen Blenders gläsern. Da ist mir eins kaputt gegangen letztens. Ich nehme jetzt aber hier einfach nochmal ein anderes kleinen Kernglas und schütt mir hier auch nochmal einen Schluck vom 2,18er ein, um die einfach mal vielleicht miteinander zu vergleichen. So, fangen wir an mit dem Silt Kranach 2022. Landnahmerbrennerei. Absolut spannendes Aroma, wie ich finde. Man hat hier sofort diese Maritim-Aromen, die ich auch in dem 2,18er noch im Gedächtnis habe. Man hat hier aber auch so ein leichtes torfiges Aroma. Weniger aschig, sondern mehr so angekokeltes Holz. Man hat hier aber auch schöne Fruchtaromen, finde ich. Also so eher rote Frucht. Malzig. Aber total dieses tolle maritime Aroma, was ich persönlich echt gut finde. Schönes Aroma in der Nase. So ein bisschen auch so, ja, so ausgekohlte Fässer. Also das ist ja nicht so ein aschiges Raucharoma, sondern es ist wirklich so schön angekokeltes, ja, verkohltes Holz, was ich persönlich sehr mag. Mit leichter Frucht. Gucken wir mal, hat der 2,18er im Vergleich in der Nahesommer. Oh, hier ist ein bisschen mehr Vanille, finde ich, drin. Bisschen mehr milder. Bisschen weicher. Auch ein bisschen seifiger, finde ich. Spannend, aber sonst ungefähr charaktergleich. Ich würde sagen, probieren wir das feine Ding nochmal. Wow. Die Nase hat es ja schon angedeutet, dass wir hier stark maritime Aromen haben. Ich finde aber, am Gaumen kommen die nochmal richtig krass hervor. Also richtig schön maritimer Single Mold Whisky hier aus Deutschland. Wahnsinn. Also ich bin echt überrascht. Also der ist richtig maritim, salzig, hat eine schöne, leichte, leichte Rauchnote. Auch hier keine Asche. Es ist wirklich hier wieder eher verkohltes Holz. Jetzt auch nach dem Gaumenbefeuchten kommt diese Meeresgist mit so gelber Frucht rüber. Also das finde ich total spannend. Da ist so so eine gelbe Pflaume. eine Birne. Getreide. Also er macht jetzt auch nach dem ersten Befeuchten des Gaums nochmal mehr auf in der Nase. Und ich finde, es ist ein wunderbar harmonisches Aroma zwischen diesem Salz, diesem leichten, angekohlten Charakter mit aber auch einer gewissen Fruchtigkeit und Getreidigkeit. Ich probiere mal einmal nochmal kurz. Wir bleiben nochmal beim 22er. Beim zweiten Schluck, also es bleibt dieses maritime Aroma, ist jetzt aber deutlich weniger prägnant wie noch beim ersten Schluck. Da war es richtig krass. Ich habe weiterhin dieses maritime Aroma, der Rauch, diese Holzkohle oder dieses verkohlte Holz ist weiterhin da. Ich habe jetzt aber auch weiter vermehrt Früchte, so ein bisschen Früchtekompott, helle Früchte eher. Birne, ein bisschen Apfel, auch diese helle Pflaume. Das ist so eine, ja weiß ich nicht, gibt es irgendwie. Nicht diese ganz dunklen Pflaumen, sondern ein bisschen was anderes, so was hellpflaumiges. Ich glaube, eine neue Wortschöpfung, hellpflaumiges. Es gibt so eine helle Pflaume, daran erinnert mich das so ein bisschen. Getreide finde ich super mild, also 48% sind die toll eingebunden. Der brennt jetzt für mich gar nicht. Der macht echt, finde ich, Spaß. Ist ein Top-Whisky aus Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen, der Silkranoc. 22, der 18er hat mir, habe ich ja gesagt, schon sehr gut gefallen. und der 22er bestätigt das tatsächlich nur. Ich probiere jetzt noch mal im direkten Vergleich den 2,18er. Ich finde, der 2,18er am Gaumen im Vergleich zum 22er hat eine Spur mehr, der geht so ein bisschen in so eine schokoladigere Richtung, in so ein bisschen mehr Sherry-Richtung, meiner Meinung nach. Ein bisschen mehr Schokolade, ein bisschen mehr Trockenfrüchte. Die habe ich jetzt beim 22er hier nicht. Der ist für mich eher hellfruchtiger und weniger auf dieser Sherry-Schokoladen-Seite. Ja, also. Toller Whisky aus Deutschland, Silt-Kranoc kann ich wirklich empfehlen. Probiert den unbedingt mal. Man hat hier schöne maritime Aromen. Da hat er richtig viel mitbekommen von der Lagerung auf dem Kutter im Hafen von List auf der Insel Sylt. Der hat eine schöne, dezente Rauchnote, die in Richtung verkohltes Holz geht. Der hat eine schöne Fruchtkomponente, eine leicht süßliche Getreidekomponente. Das Ganze spielt gut miteinander. 48 Volumenprozent sind nicht aufdrücklich. Ich komme eher für mich mild sogar rüber. Guter Whisky kann ich wirklich nur empfehlen. Der macht absolut Spaß. Fazit, Nase. Ich mag ja diese maritimen Aromen in Kombination mit Rauch, in Kombination mit Frucht würde ich ihm hier 3,5 geben. Da muss ich nochmal nachschütten. Für das Fazit mache ich natürlich gerne. Oh, dann ist es immer noch gewöhnungsbedürftig, so eine lange Flasche irgendwie den Whisky daraus ins Glas zu schütten. Geschmack. Fazit, Geschmack immer bis 5 Punkte hatte ich gerade vergessen zu erwähnen, bin ich so bei 3,2,5 und Nachklang bin ich auch beinahe 3,2,5. Habe ich überhaupt schon mal zum Nachklang gesagt? Ich glaube nicht, ne? Ich bin so fasziniert von diesem maritimen Aroma. Nachklang ist auch wunderbar. Ist jetzt ein bisschen mehr Eichenwürze dabei. Trocken, maritim, weiterhin leicht rauchig, weniger fruchtig als am Gaumen und in der Nase. Ja, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Probiert ihn ruhig mal. Wer ihn schon probiert hat, freue ich mich auf einen Kommentar natürlich von euch, wie ihr den empfunden habt und freue mich auch auf jedes weitere Abo. Ihr verpasst dadurch kein weiteres Video von mir. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Bis demnächst, euer Tim. Tschö. 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 Tschö.